weggenommen 9 dieser Städter die die Städte genau wie es in der Unterricht 6 ach scheiße er hat er auch die Pferde aber das ist doch schon das Leben ist mir eben bitte um Prozent und dann müssen die Felder noch mehr als das jetzt wo bist du du hast und kann auf jeden Fall stehen ich brauche vier Stickies wo auch hinter dir zähl ich nicht ich brauche vier Stickies wir haben keine mehr uuuu Errungenschaft erzielt Stickies gecrafted oh mein Gott die gibt es gar nicht schade und selbst wenn hey ich hab dir die Leute gegeben ja ja ich meine ich glaube sobald man die ins Evental kriegt hat man die sehr rum Getting Good ist die erste weil die man auf jeden Fall auch anfangen hat eigentlich außer man schützt sich was ich spiel jetzt mal nach Erfolgen was muss ich denn als nächstes machen ich guck sofort wenn ich mir die Angst der Kraft das stimmt ob sie ach nee ob sie gern ähm der Folge oh ich hab gerade dreimal auf Holz geklopft geschafft kannst du im Ernst? ne hab ich noch nicht mal geschafft jetzt brauche ich fortgeschrittenes Handwerk fang an zu ackern alter du hast sie schon fliege auf einem Schwein die Klippe runter oh ja töte ein Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern das lässt sich machen mit meinem Bogen fang und brate einen Fisch lege mit deiner Loge mindestens einen Kilometer zurück haben wir harsch verwende ein Buch Obsidian und Diamanten um einen Zaubertisch zu buchen haben wir doch alles schon gemacht Alter haue ein Portal zum Neta haben wir doch schon gemacht ja das ist weil wir auf 1.6 geupdatet haben glaube ich oh Torben du bist so dumm oder wegen von neuen Accounts ja nein weh weil die däh ich meine äh däh die hätten ja ne wegen ja wegen beiden ich bin direkt über dir ja und was willst du jetzt mit mir jetzt damit mitteilen hey Tobi ich bin direkt über dir und jetzt weiß ich nicht weil ich darauf antworten du bist um ich hoffe das schon nein ich hab an Essen gedacht Alter verfrissenes Vieh an 31 Ofenkartoffeln ich hab mein Steak irgendwo weggeworfen ich ess lieber Ofenkartoffeln ich hab fast kein Steak mehr ja aber wir haben Kühe für eine nachhaltige Landwirtschaft und mehr Geld für Bauern weißt du überhaupt was Nachhaltigkeit ist? nein Alter so passt in der Schule wir haben ja Schafe und so alles voll chillig wir brauchen nur noch Schafe wir brauchen nur noch Hühnchen wir brauchen den Mod und dann Pferde da mit der Pferde lasagne einer wollte einen Mod entwerfen wo man Pferde gilt bekommen man Lasagne voll geil die Idee voll ist jetzt schon länger her aber voll geil Prozent ein Apfel so ich gucke mich nach Pferden und und ich will die ganze Zeit nur am Baum bitteln ich wollte eigentlich voll zeigen gehen aber jetzt will ich lieber Pferde gucken ja du kannst ja das dabei machen ja mach ich ja aber jetzt bin ich gerade in der Graslandskraft und da ist kein Baum und da ist das alte also das neue Lauf und ich bin noch unser Haus schon jetzt nicht mehr ein Tor ja du weißt ja auch viele zwei Stück oder das ist ja auch sehr schön gefühlt aus die Felder sind kaputt überläuft was soll ich das habe ich jetzt schon wieder angestellt die Omein um ein es habe ich den Bauch kleiner gemacht weil warum ist es nicht mehr kann ich nicht mehr aber ich habe schon seit zwei Minuten nach Fernsehnung noch keins gefunden ich bin ja so ein Alter mich gibt es auch nur einmal auf der Welt und haben so was auch noch blöd aber egal Hörer 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 warum sind die über den kleinen Graben das mache ich mir schon wieder zwei drei Alter immer nur Krühe aber kein Pferd warum die spawnen ja wohl oder wenn man geupdatet ist dann müssen die ich bin du weißt es doch bestimmt vier guck mich nicht so an eins zwei drei vier fünf ah da ist noch eins das ist eine Armee geholt was sehe ich da eins zwei drei ich will keine Kuh siegen wir sind bescheuert du bist bescheuert ey jung jung Kühel liefern nur Nahrung ich will Pferde und Leder ja es ist ja kein Bauch mehr auch für Bücher und Rahmen aber sonst nicht Mann alter so ne riesige Graslandschaft aber wie ist kein verschissenes Pferd ey ich will dich doch nur zählen mit der Hand und dann deinen Sattel da einschneiden und dann zurück mit der Hand tun was der Scheiße nur verschissene Kür also ich möchte die ganze Zeit noch verbauen ohja und wenn ich die ganze Zeit nur Kühe finde ey ich bin doch so weit weg ja sei doch froh wenn du bist du nicht die ganze Zeit aufbauen ja ne ich will jetzt zum Pferd und zurück nach Hause so wie der nette Tobi ich will jetzt zum Pferd das zu Hause dann einsperren irgendwo und dann das auslachen vielleicht kommen sie dann ja so ich dachte du willst zu steigen das habe ich nicht gesagt alter auf mich mal hä oh ich habe mich selbst geoppt das äh dann ob ich mich auch mal selbst geoppt ich habe ich habe ich habe das ich bin so wichtig dass ich das nicht weil bei einem Obten sich das nicht vervollständigt dass du mittlerweile mitwissen musst aber die Schriftball ist trotzdem so auch ja das lag natürlich am Essen schluss ja genau die Worte haben wir auch mal entfernt aber wir sind sowieso keine gestorben oder du hast auch nicht mehr 39 ich glaube ich habe drei Alter aber wo warum meine ich wieso hier sind also hier sind Schweine hier sind Schaf hier sind die Mühle hier sind Kür aber hier ist kein Pferd ja und die Spawner jeden Wohner die müssen nicht aufs Pferd die Spawner im Grasland ja aber nicht immer ja doch ich habe schon so auf Flächen gefunden wenn ich mal so im Kreativ in der Welt für das Infoschule zum Beispiel die Spawner einfach irgendwo und ich fliege da immer drüber und dann finde ich die ja und wir sind ja aber nicht im Kreativ ja das liegt aber nicht auch daran was ist wenn es doch daran liegt das wäre ziemlich bescheuert von Minecraftlern Ney Floro und ich haben auch schon mal welche gefunden aber richtig wenn du einmal fände für das sein das ist wie fünf Stück oder so naja nein ich kann jetzt Screenshot zeigen wir hatten 50 Pferde auf einmal ohne Mist kannst du Florian fragen ne herde ich hole gleich den Florian hin und 50 Pferde und vielleicht 20 Esel das war es so ich hätte doch gar nicht gesagt dass ich dir nicht glaube das ist aber angedeutet nein und jetzt ne jetzt hab ich mich nicht mal verbaut oder what the fuck nein kein Faschismus Pferd Alarmstube Brot Trauben rastet aus nein noch nicht nochmals noch bin ich jetzt auf dem Rückweg und ich komme an Kürbissen vorbei Alter guck mal ich finde hier alles aber kein Faschismus Pferd Scheiße so dreht sich die Treppe wieder am besten am besten finde ich jetzt gleich noch was am Arsch eine Schlucht oder so oder ein neues Dorf aber kein behindertes Pferd klar das hier sagt so jetzt haben wir auch naja ich hoffe du bist zufrieden liebe Minecraft Welt Generation Siehe gelernt die ist die generierte Welt oder im Sinne davon na halt Opa ma 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 und so weiter die generierte Welt ich bin das Generationen der Sohn ein Fehler meinerseits ich war ein Fehler meiner Zeit Lohr so ist es schon wieder nach es gibt auch neue sind die Leute an die Sieg tat und die Bäume schwingen die Garten Lohr ich bin runtergefallen Lohr da ist eine Schlucht aber die hab ich schon mal gefunden da ist eine Mine Lohr dann hab ich doch eine andere Schlucht gefunden WTF ich hab eine Schlucht gefunden Tobi mit einer Mine hier Scheiße hier ich hör uns irgendwie alter wenn der mich da rein schicken bin ich aber ganz schön am Arsch ja da merk dir immer die Koordinaten oder so ja sag ich doch du musst mir gleich mal unsere sagen weil ich so voll weit weggegangen bin ja auch und trotzdem Mann ich bin dann auch zurück den Weg dieser Weg ist sehr verwirrend dieser Weg weil ihr keine verschissen war da ist schon wieder das Dorf oder es ist ein Spinner so wie ich angekündigt Scheiße es ist schon wieder nacht oder lol es ist nacht äh lol Scheiße noch muss ich jetzt hier übernach äh das wär das wär jetzt richtig das wär jetzt alter ja Tobi ja ich hab ich hab ein neues Dorf gefunden lol was hab ich eben gesagt ich hab gesagt ich finde gleich bestimmt noch eine Schlucht und ein neues Dorf und so ich hab ein neues Dorf gefunden was sag mal Koordinaten dann gibt's mich nein das geht nicht du bist nacht ja und ich komme trotzdem ich bin da das auch alleine und so süß uuuuuh das hat alles sichern hier hier das hat eine Schmiede oh mein Gott doch Mann da ist ne da sind drei Millionen die anderen in Eisenhelmen halt nichts besonderes also da ne was soll ich jetzt denn aber guck mal her hop하는데 der Eisenhemd der ist noch fast zuメ Nuss vor mir Dios Scheißschmiede dann nehm ich die Öfen hier mit op und stein es ist warum was waren drei ob sie die und einer Wär da jetzt mal so ein Diamant oder sowas drin, oder? Wenigensin so ein bisschen... Nein, Eisenhelm ist das einzige Gut. Boah, sind hier viele Mucks, Alter. Wie der einfach mal dreißig unten ist, an einer Verschissung zu entstehen? Lass doch mal die Vintage an Ruhe. Alter, jetzt brenn ich weg. Nein. So, ich brauch vier Pistens. Hier, Scheiß, ich hab kein Holz. Hast du Holz? Nein, ich hab auch kein Holz. Stil. Boah, Kollegen! LOL! Ja, lass doch einfach fünf Spinnen, sechs Creeper und 400 Zombies. Und... Oh, das hat... Also kein Holz gehackt. Nein, noch nicht! Oh... Ich hab gerade einen von Zauber gefüllt. Der hat nur Stärke einzunehmen. Der hat nur Stärke einzunehmen. Der hat nur Stärke einzunehmen. Der hat wirklich Schuss. Der hat nur Stärke einzunehmen. Ey, wir haben kein Holz mehr. Nein, gar nichts. Ohne Mist. Ohne Mist. Ohne Mist. Ja, nimm mit. Ja, ey, was schmeiß ich denn dafür weg? Ohne Eichenholz-Kräfe. Oh, guti! Wuhu! 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 Wuhu!